Norddeutscher Rundfunk Gehen Sie in das Dorf, dort gibt's Essen. Woher sind Sie gekommen? Französisch, Italienisch? Holland. Wir brauchen Essen. Gehen Sie ins Dorf, dort gibt's Essen. Gehen Sie in das Dorf! 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 Wien, Bier! Zure augurken. Wir sind frei. Wir wissen selbst nicht, wo wir sitzen. Sie wollen mal nach Hause gehen. Namo! Was habt ihr gemacht? Ich will es nicht reißen! Gehen Sie in das Dorf! Ich schluchte die Temperaturen. Ich schluchte die Temperaturen. Ich schluchte das nicht. Menschen mit Fieber gehen in die Kirche. Ich kann es nicht sehen! Wir haben uns alle einsteckt. Das hier ist unser Haus. Das geht nicht. Hüsterisch. Er braucht nur ein guter Bett. Du musst gehen. Nichts kann. Wir haben einen Fietser georganisiert. Wir vertrekken morgen. Auf der Fiets? Ich bin doch ein Stückchen Fietser. Wir sehen uns vor dir. Mit Isaac. Meine Mutter sagt, die Russen sind unheimliche Bieste. Nachher! Ich schluchte dich. Danke schön. Alles gut? Juju Stalin. Simon, seine Mutter, Saddam. Bitte. Noch eine Brücke aus Moskau. Ich bringe uns nach Russland. Ich bin großartig. Ich bin froh. Ich bin froh. Ich bin froh. Wir müssen nach Russland gehen. Wir müssen nach Russland gehen. Wir können nach Russland gehen. Beloved.